Wenn ich einen Mob durch dieses geheimnisvolle Portal schubse, verwandelt er sich in ein OP-Super-Gott-Mob-Freunde. Und deshalb gibt's heute richtig krasse Götterkämpfe im Mob-Battle. Pat, bist du bereit, deine Mods abzugrainen im heutigen Mob-Battle? Ja, und wie ich das bin! Oh, siehst du hier dieses Riesenschwert, was ich hier hab, Pat? Oh, krank, ey! Wie heftig ist das denn? Das ist richtig cool. Das werde ich vielleicht heute auch benutzen, wenn's drauf ankommt, ne, Pat? Und die sind cool. Ja, ich glaube... Ey, 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 Kollege, aufpassen, aufpassen! Oh Gott, das werde ich machen, denn ich möchte unbedingt den heiligen Schlüssel gewinnen, um hier in dieses Haus reinzukommen. Oh mein Gott, ich bin gespannt, was sich dahinter befindet, Pat. Und ich würde sagen... Nein, ich werde da reinkommen. Nein, 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 ich will unbedingt reinkommen, Freunde, aber nur der Gewinner darf am Ende hier reinkommen. Und ich würde sagen, Pat, dafür müssen wir... Genau, und das bin ich! Nein, das bist nicht du. Aber dafür müssen wir mit den Kämpfen anfangen, würde ich sagen, oder? Dann würde ich sagen, lassen wir die Mobs schwingen und kämpfen. Let's go, Freunde! Okay, Freunde, ich hab mich jetzt erst einmal kurz gemutet und wir können jetzt durch dieses Portal unsere Mobs upgraden in kranke OP-Götter, meine Freunde. Und wenn ihr da Bock habt, dass wir jetzt diesen Mob hier upgraden, Freunde... Ginti, wo bist du? Äh, Pat, ich bin gleich wieder da. Moment! Okay. Freunde, und wenn ihr jetzt wollt, dass wir diesen Mob upgraden, dann lasst mal alle jetzt ein Like und ein Abo da in 3, 2, 1... Und wir platzieren ihn durch das Portal. Mal schauen, was passiert, Freunde, und klappt! Oh mein Gott, Freunde, es hat einfach geklappt. Wir konnten den Mob hier upgraden. Oh mein Gott, das heißt, wir sind bereit für die erste Runde. Oh mein Gott, Freunde, ist das ein krasser OP-Mod. Ich würde sagen, wir holen uns das Spawn-Ei und entmuten uns wieder. Pat, wie sieht's aus bei dir? Ja, ich bin schon längst ready. Du bist schon längst ready. Okay, dann würde ich sagen, ich platziere mal meine Mobs. Und wir können anfangen mit dem ersten Kampf, oder? Jawohl! Okay, dann legen wir los. Team Sönti gegen Team Pat. Was denkt ihr, wer gewinnt das Video, Freunde? Schreibt's in die Kommentare. Und wir legen los mit dem ersten Kampf. 3, 2, 1 und let's go! Oh mein Gott, Freunde, guckt's euch an! Alter, meine Frostmose werden dich zerbashen! Niemals, Pat! Schaut's euch an, was hier abgeht in der ersten Runde schon! Oh mein Gott, hier sind überall kranke Löcher! Warte mal ganz kurz, Freunde, hier hinten! Oh mein Gott, was passiert hier? Nein, 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 oh mein Gott! Schlag zu Frostmose! Oh mein Gott, hier, hier! Oh mein Gott, was geht denn da ab? Nein! Oh mein Gott, die Sonne explodiert hier einfach! Oh mein Gott, der ist voll auf mich geflogen! Früher ihn ein! Früher ihn ein! Niemals! So sieht's aus, das müsst ihr einfach kämpfen, Leute! Bisschen mehr Action, bitte! Komm, komm, komm! Oh, da ist er eingefroren, da ist er eingefroren, das ist ein ganz gut erwischt! Ja, der ist eingefroren, das ist so ein bisschen der Grund! Deswegen, oh mein Gott, Pat! Nein, hier ist die Sonne! Boom! Der Nächste, der Nächste, der Nächste, das kann auch nicht mehr lange dauern! Nee, ich glaube auch nicht! Bisschen mehr, oh mein Gott, Leute, ein bisschen mehr kämpfen, bitte! Alter, was ist ein Strahl! Oh mein Gott, was geht hier jetzt ab, Freunde? Ey, die machen ernst, es ist ein sehr, sehr knapper Kampf, aber meiner... Nee, deine hat noch ein bisschen mehr Leben! Ja, ja, ja! Deine hat noch ein bisschen mehr Leben, zumindest der eine davon! Komm, 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 jetzt geht's wieder ab, hier! Alter, was? Nein, komm, nein! Ja, Freunde, kommt schon! Nein, heute durch Frostmourne, nein! Doch, aber du gewinnst, glaube ich... Komm, 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 da schaffst du noch! Eins gegen eins noch, eins gegen eins noch! Ein HP hat er noch gefühlt, ein HP hat er noch! Junge, stell dich doch nicht dahin! Du musst kämpfen, Mann, was machst du denn? Ja, komm, holt ihr euch! Ey, der hat einen Knall, der hat einen Knall! Komm, holt ihr euch, Freunde! Ja, jetzt ist doch klar, dass ich verloren habe! So, äh... Freunde, ich würde sagen, wir haben die erste Runde gewonnen! Und es steht 1 zu 0 für mich, Freunde, und... Ah, lass mir Ruhe! Pet, ich will unbedingt wissen, was sich hinter diesem Raum befindet! Ich muss den Schlüssel bekommen! Oh, mein Gott, Freunde, ich will unbedingt gewinnen, dass ich herausfinde, was sich dahinter befindet! Okay, Freunde, für die nächste Runde habe ich mir was richtig Krasses ausgedacht! Und ich sehe gerade, Pet, hier hinten ist der Schlüssel gespawnt bei dem Haus! Das heißt, es kann nicht mehr lange dauern, bis ein Sieger steht! Oh, mein Gott, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade! Ja, und, Freunde, wir sind direkt bereit für das nächste Upgrade! Und wir platzieren jetzt diesen Mob hier, Freunde, und den werden wir jetzt upgraden! Was, denkt ihr, wird aus diesem Mod geschehen, Pet? Ich bin bereit für das nächste Upgrade, und du? Ich auch! Okay, dann würde ich sagen, upgraden wir den nächsten Mob und wir schauen, was passiert, Freunde! Komm, noch einmal, musst du reingehen hier! Oh, mein Gott, Freunde, es hat geklappt! Und das ist der OP-Mob davon! Oh, mein Gott, Freunde, schaut euch den mal an! Das wird ja jetzt richtig krank! Pet, hallo? Hallo? Ja? Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon ein Upgrade durchgeführt? Ich bin fertig, und ich habe mein Upgrade durchgeführt, es hat geklappt! Oh, Freunde, es sieht hier cool aus! Okay, also, wir platzieren unsere Mobs! So, ich glaube, das sollte passen, so viele, ja? Pet, bist du bereit für die nächste Runde? Ich bin bereit! Okay, ich würde sagen, du zählst den Countdown! Drei, zwei, eins! Und du hast Zyklopen gespawnt, oh mein Gott! Hau sie weg, Zyklopen! Niemals gegen meine Ritter! Kommt schon, Freunde, ihr schafft das! Was? Das ist der Wahnsinn, die sind ja feste wie Stahl, die können ja gar nichts machen, meine Zyklopen! Komm, ja! Oh mein Gott, Freunde, jawohl! Was? Einen haben wir schon! Aber die haben auch Schaden bekommen, auch ein bisschen Schaden hat er bekommen! Ja, Pet, du kannst noch zwei spawnen, weil ich habe mehr gespawnt als du! Ja, okay, dann machen wir nochmal zwei hinterher! So, kommt, haut sie, haut drauf, haut drauf! Niemals! Oh nein, sie heilen sich sogar! Was? Das ist ja unfair! Ja, ich habe, glaube ich, den krassesten OP-Mobb gefunden in Minecraft überhaupt! Alter, Schade! Ja, kommt schon, kommt schon, ihr schafft dieses Battle, jawohl! Auf geht's! Ich bin gerade richtig sprachlos! Oh mein Gott, was war das denn gerade? Einfach die Map kaputt gemacht! Komm, jetzt noch einen Schlag braucht er, oder? Oder zwei, oder drei, oder vier? Ja! Oh nein! Da war ich ja gar keine Chance, Mann! Es steht 2 zu 0 für mich, Freunde, und wir kommen immer wieder... Ach Mann, ich will doch nur gewinnen, mehr will ich doch gar nicht! Weißt du, was ich möchte, Pat, in dieses geheime Regenbogenhaus und mit den Schatz holen? Aber es fehlen noch ein paar Sterne, brauche ich noch, ne? Aber naja, bald ist es weit, und dann komme ich endlich in den geheimen Raum, Mann! Ich bin so gespannt, was sich da befindet! Nein, ich, Pat! Bist du bereit für die nächste Runde? Jetzt hole ich mir den Winner, aber jetzt kannst du es wirklich knicken! Auf keinen Fall! Möchtest du uns mal einen Tipp geben, was du jetzt spawnst? Nein, das werde ich dir nicht brauchen! Doch, ein bisschen kannst du ja sagen, wie machst du das eigentlich immer mit den Mops? Schiebst du die rein, oder teleportierst du direkt da hinten, oder was machst du? Ich werde dir meine Technik nicht erklären, ich will noch den Winner nach Hause holen! Du meinst die Verlierertechnik, weil bislang gewinnt ja nur ich, Freunde! Und das ist auch der Verdiente hier! Und das ist übrigens mein Mob für die nächste Runde! Nicht lachen, das wird gleich ein richtiger Gott-Mob! Ihr werdet es mir nicht glauben, Freunde, aber ich zeige es euch! Wir stoßen ihn jetzt da rein! Komm! Oh mein Gott, ich habe ihn direkt getötet! So, warte! Drei, zwei, eins und wir probieren es! Ob es klappt, Freunde! Oh mein Gott, Freunde, schaut es euch an! Das ist aus diesem kleinen Mob geworden und hier ist auch schon das Spawn-Eye! Guckt es euch an, Freunde! Wie krass sieht das aus! Ich glaube, diesen Mob hatten wir auch noch nie! Pet! 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 Alter Schwede, ich werde dich jetzt auf jeden Fall umhauen! Niemals! Niemals, Freunde! Oh mein Gott! Wie gefährlich sieht dieser Mob aus! Lass mal einen fetten Like dafür, dass das alles so funktioniert mit diesen Special-Mobs! Weil sonst schieße ich mit diesem gefährlichen Pfeil auf euch! Ui! Nein, nicht auf mich gehen! Du musst gegen die Monster von Pet kämpfen! Komm, wir kämpfen! Ja, warte kurz! Ich muss noch zwei, drei platzieren! So! Perfekt! Ich glaube, das sollte gut sein! Pet, bist du bereit für die nächste Runde? Ja! Dann würde ich sagen, zähl den Countdown runter! Drei, zwei, eins und... Let's go! Und du hast... Hä? Was hast denn du da gespawnt, Pet? Was ist denn da passiert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Deine vermehren sich! Deine vermehren sich! Die vermehren sich! Wie? Du hast doch nie im Leben so viel gespawnt, oder? Am Anfang? Das ist nur eine Illusion! Du hast den Illusion, den Zauberer gespawnt, oder was, Pet? Oh ja! Oh mein Gott, Freunde! Schaut es euch an! Die werden immer mehr von Pet! Komm, 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 komm! Und wir haben diese Gifthydras, sprich wir haben Schlangen, die mit Giftpotions um sich sprühen! Kommt schon! Gifthydras, macht mal was! Ihr habt drei Köpfe! Ihr seid mindestens genauso gut! Kommt schon! Kommt, das schafft ihr Illusioner! Niemals, Pet! Kommt schon! Nein, die ersten gehen gerade down! Ja, so wie es sich das gehört, Freunde, denn wir wollen den Sieg holen! Guckt es euch an! Guckt es euch an! Wie spannend ist das denn hier gerade, Pet? Was sagst du? Ich glaub das nicht! Illusioner, gib mal Gas hier! Nie im Leben! Kommt schon! Aber... Nein, 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 nein! Es wird hier spannend, es wird hier spannend! Die kämpfen hier... Oh mein Gott, Pet! Guck mal, diese Pfeile, wie viele das hier sind! Du hast ja echt eine richtige Armee mit deinen Illusionern! Das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn! Die vermehren sich immer wieder aufs Neue, ne? Oh mein Gott! Ja, ja, ja! Jetzt sind meine im Sandwich! Meine sind in der Ecke, Pet! Du bist am längeren gerade! So muss es auch sein, so muss es auch sein! Niemals, niemals, niemals! Kommt schon! Hydras macht was! Jetzt aber! Jawohl, jawohl, jawohl! Nein! Nur noch einen hast du, Pet! Nur noch einen! Kommt schon, Mann! Kommt, das schafft ihr, das schafft ihr! Ich bin mir sicher! Niemals, niemals! Kommt schon, Hydra! Holt ihn euch! Holt ihn euch! Das ist eigentlich nur einer, aber er teleportiert sich halt immer zu mehreren! Dementsprechend, ja, 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 ja! Kommt! Holt ihn euch! Hydras, das ist eure Chance! Ja, Pet! Es steht 3 zu 0! Was hast du zu sagen, außer dass du ein Verlierer bist? Wir cleanern erst im nächsten Battle! Wir cleanern erst im nächsten Battle, Freunde! Oh mein Gott, es fehlt nur noch zwei Siege oder eins! Ein Sieg nur noch! Dann kann ich endlich in dieses unglaubliche geheime Haus gehen! Ich bin so gespannt, was sich da befindet, Pet! Ich werde es dir auf jeden Fall nicht sagen! Hehe! Denn nur ich! Nur der Gewinner! Also Team Synthi wird es hier rausfinden, Freunde! Okay, Freunde! Hier sieht es mittlerweile echt richtig chaotisch aus! Ich weiß nicht, was hier genau passiert ist! Aber es ist auf jeden Fall ein richtiges Schlachtfeld geworden! Hier ist alles ein bisschen kaputt! So, wir machen das mal hier ein bisschen zur Seite! Und jetzt habe ich was Krankes vorbereitet, Pet! Ich habe hier diesen Snow Golem! Ich kann es dir einfach mal sagen! Und wir werden jetzt den upgraden! Und was hast du vorbereitet? Einmal kannst du es mir auch sagen, oder? Ja, ich habe äh... Mutanten! Mutanten! Okay, Freunde! Also, wir hauen jetzt diesen Schnee-Golem durch das heilige Tor! Und schauen, was passiert! Und er da... Nein! Ich muss ihn reinschlagen! Also, Freunde! Drei! Zwei! Eins! Let's go! Und... Ne? Er muss noch einen... Jetzt! Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Mutant hier? Der Wither Thunder? Was ist das denn, Freunde? Für ein kranker Mob! Oh mein Gott, Pet! Ich glaube, so einen Riesen-Mob hatten wir noch nie in den ganzen Battles! Oh! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Also, ich glaube schon, dass ich dich jetzt wirklich in die Knie lassen gehe! Nie, niemals! Komm! Den platzieren wir hier ordentlich, Freunde! Sagen wir mal, drei Stück sollten es eigentlich richten, Freunde! Pet, du siehst für das Score, wenn du bereit bist, oder? Jawohl! Ich bin bereit! Oh, warte kurz, warte kurz, warte kurz! Pet, das sind einfach die Schlüssel gespawnt hier wieder unten, ne? An den Block und Feuer unten ist mittlerweile noch... Perfekt! Ist schon für mich bereit! Ist schon für mich bereit! Ich will jetzt gleich in diesen Raum reingehen, wenn ich diese Runde gewinnen sollte! Pet, du zielst den Countdown runter, okay? Okay, ich ziehe runter! Drei! Zwei! Zwei! Eins! Eins! Let's go! Oh mein Gott, Freunde! Es geht schon los! Oh, hier! Und du hast diesen... Du hast noch mal diesen Nether-Skill-Ratch... Ey, ich hab dich voll geprankt! Ich hab dich voll geprankt! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ne, 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 ne! Oh mein Gott, komm! Auf geht's! Hier! Komm mal, die Kameraden lassen ihn sogar alleine, weil die wissen, die haben keine Chance! Winter Hunter, tu mal was, bitte! Auf geht's, bitte! Winter Hunter! Komm schon, der trifft dir nicht richtig, habe ich das Gefühl, oder? Doch! Was? Hä? Das war's! Ha! Das war's? Warte mal, komm, du darfst ihn noch mal platzieren, Pet! Das war ja nicht ganz richtig, irgendwie! Okay, komm, 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 komm! Gib alles, gib alles, Kollege! Ja, jetzt, ich glaub, der springt wieder hoch und... Oh mein Gott, ja, 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 Freunde, oh mein Gott! Jetzt geht's aber richtig ab! Er geht sogar auf beide, er geht auf beide, jetzt ist er sauer, jetzt ist er sauer! Er weiß, er hat die zweite Chance bekommen! Er ist richtig sauer, Pet, oh mein Gott! Und er springt wieder hoch und... Nein, 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 was geht denn hier ab? Kommt schon! Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn! Winter Hunter, tut mal was für euer Geld, bitte! Kommt schon! Oh mein Gott, er springt und attackiert die mit solchen Sprüngen hier, das ist ja abartig, dieser Monster, dieses Monster, was... Das ist verrückt, das riecht verrückt! Das ist, oh mein Gott, Freunde, guckt, oh mein Gott, hier schlägt's permanent ein! Kommt schon! Winter Faller, schießt ihn mal ein bisschen ab! Und hier noch einer Blutgeleckt, Freunde, wir sind hier mittendrin, statt nur dabei in diesen Kämpfen! Wie krass ist das eigentlich? Kommt schon, kommt schon, Winter Thunder! Nein, 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 einer ist down! Ich habe keine Chance! Nein, einer ist down, Pet, nein! Nein, 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 nein! Und Nether Scourge macht hier ordentlich Lärm und geht auf den nächsten drauf! Oh mein Gott, Freunde! Nein, 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 nein! Oh, Pet, Pet, es wird spannend hier, ich glaube aber, diese Runde geht an dich, das heißt, ich hab noch... Noch nicht gewonnen! Ich muss noch eine Runde gewinnen, Pet, Mann! Das heißt, es ist alles wieder offen! Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, ich werde gewinnen! Ja, ich weiß, das ist das Einzige, was du willst, du willst einfach nur gewinnen und deswegen... Und die Schlüssel! Ja, und die Schlüssel für den geheimen Raum dahin! Das heißt, du hast deinen ersten Punkt geholt, Pet, es steht 4 zu 1! Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder! Okay, Freunde, für diese Runde habe ich mir was richtig Krankes ausgedacht! Also, ihr seht, wie das hier mittlerweile aussieht! Es ist alles kaputt, Pet, es ist so ein intensives, ja, Mob-Battle heute, ne? Findest du nicht auch? Es ist wirklich spannend! Es ist wirklich so spannend, war es echt lange nicht mehr! Und wir hatten schon spannende Kämpfe! Wir hatten schon nur spannende Kämpfe! Aber jetzt lass ich mich nicht lumpen und hab hier wieder was richtig krasses, Freunde! Und zwar, das hier! Und wenn ich das hier durchschlage, dann sollte es eigentlich... Verrate ich mich doch, was meinst du mit das hier? Ja, das wirst du gleich sehen, Pet! Also, Freunde, seid ihr bereit? 3, 2, 1, let's go! Und, klappt das? Oh mein Gott, Freunde, schaut, was daraus gespawnt ist! Oh mein Gott, ihr glaubt es nicht, dass das möglich ist! Ich glaub's auch nicht! Pet, Pet, hörst du mich? Ja! Du glaubst nicht, was ich gespawnt habe! Das war noch nie... Er hat das Portal kaputt gemacht, Pet! Wir können nichts mehr spawnen! Oh mein Gott, mein Mob geht völlig in Rage! Das ist ja unglaublich! Also, ich komm nicht drauf klar, Pet! Oh mein Gott! Ich hol dich jetzt! Ich hol dich jetzt! Komm, bleib stehen! Das denkst du denn hier? Ich muss ihn erstmal hier bekommen mit meiner Hand hier! Ich krieg ihn gar nicht! Okay, Freunde, also, wir platzieren jetzt den Mob hier! Das sieht... Oh mein Gott, Pet! Es geht hier völlig alles kaputt gleich, ne? Du weißt, was das heißt, wenn ich das sage, was ich spawne, oder? Oh ja, komm! Komm, ich werde dich zerstören! Dann in 3, 2, 1! Let's go, Pet! Mach die Mauern runter und du hast... Oh Gott, wie soll das denn ausgehen? Ich habe einen Enderdrachen gespawnt! Oh mein Gott, Freunde! Geht drauf auf diese kleinen Hocklins Enderdrachen! Ihr macht das! Kommt schon! Oh mein Gott! Die werden runtergeworfen! Die werden runtergeworfen von dem... Oh mein Gott! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Diese kleinen Hocklins! Oh mein Gott, Pet! Komm, du darfst noch ein paar platzieren auf seine Seite! Komm! Du darfst noch so nett, so nett finden! Komm, Hocklins, er schafft ihr! Niemals! Kommt schon! Holt sie euch! Ne, 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 Pet! Alter, er dreht sich wie ein Propeller, der Enderman! Der Enderdrache? Der Enderdrache meine ich! Ja, ja, ja! Wenn es ein Propeller wäre! Kommt schon, kommt schon! Ey, greifst du nicht selbst, dann seid ihr verrückt geworden! Doch, sind sie! Oh mein Gott! Die schnetzeln sich gegenseitig, Pet, deine... Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hast du den Enderdrachen gesehen? Der hat die wieder... Oh mein Gott! Guck mal, der schleudert die immer weg! Das ist ja wie Mittagessen für den Mann! Nein, 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 nein! Kommt schon, kommt schon! Ihr müsst euch den auch noch holen, Freunde! Diese letzten hier, der solltet ihr es schaffen! Ich glaube, Pet, das ist ziemlich free gewesen hier, oder? Ja, ja, ja! Das ist doch nicht normal hier! Das war ein Frühstück für meine kleinen Enderdrachen! Oh mein Gott, guck mal, die werden hier immer rumgeschleudert, Pet! Und wieder, und wieder, und wieder! Nein, das ist so unfair, das ist so unfair! Ja, hier, tut, 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 hier sieht keiner! Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde, ich will unbedingt gewinnen! Ich glaube, das habe ich jetzt auch, Pet! Ich glaube, ich habe das Mob-Battle heute gewonnen! Und ich darf jetzt in die heilige Türe gucken! Mann, ich wollte rein! Nee, 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 Freunde, du musst jetzt draußen bleiben, Pet! Und ich gehe jetzt in die Türe hier rein und schaue nach, was sich in diesem Lucky-Haus befindet, Freunde! Jetzt bin ich gespannt! Habt ihr Bock darauf? Pet, nur ich darf rein, ne? Pet, bist du neidisch, dass ich da jetzt reingehen darf? Ja! Okay, denn ich habe... Ich kann wissen, was da drin ist! Ja, ich auch, schau mal, ich habe dann diese coolen Flügel hier bekommen! Ich kann damit fliegen! Guck mal, ich bin im Game of Thrones-Rival, ich kann damit fliegen! Weil ich der Gewinner bin! Und ich würde sagen, wir gehen rein! Mann! Ey, auf mich zu schlagen! Geh mal weg hier! So, wir gucken jetzt, was sich da drin befindet! Und es ist ein Zombie? Hä? Pet? Was ist... Hä? Warum ist hier ein Zombie? Ich dachte, da gibt es einen Schatz oder sowas! Hä? Also, weiß ich nicht! Ah! Oh mein Gott, Freunde! Ich habe ein... Ich habe ein Riesenproblem! Schaut mal ganz kurz! Schaut mal hier nach oben! Ihr glaubt nicht, wer hier ist! Hier ist einfach Brock von... Von Brawl Stars, Freunde! Aber das war es noch nicht! Ich muss mal ganz kurz essen! Ich zeige euch mal was, Freunde! Denn der ist nicht allein! Der hat seine ganzen Freunde noch mitgebracht! Schaut mal! Hier ist El Primo! Hier ist Bo! Und deine Mike, Freunde! Oh mein Gott! Und... Oh mein Gott, die können mich schlagen! Wir müssen weg, Freunde! Ach, du heilige Magritte! Das ist einfach der Bo von Brawl Stars! Und El Primo! Und deine Mike! Und das ist einfach so ein XXL-Mutanten-Brock, Freunde! Guckt euch das mal an! Wir müssen uns irgendwie retten! Ich muss weg von denen hier! Komm schon, Synthi! Und guck mal! Ich habe einfach so einen Pfeil in meinem Kopf, Freunde, von Bo abbekommen! Oh mein Gott, Freunde! Schaut sie euch an! Die haben hier hinten so ihre kleine Basis! Komm schon, wir müssen weg, Freunde! Vielleicht können wir in diesem Haus da irgendwas finden! Schaut mal, Freunde! Dort ist ein Dorfbewohner! Sollen wir den mal fragen, ob der uns helfen kann? Moment mal! Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz! Hey, Dorfbewohner! Kannst du uns, kannst du uns vielleicht helfen? Baue die sicherste Base! Ansonsten werden sie dich zerstören, Freunde! Wie bitte? Die Brawl Stars-Mobs sind böse geworden! Ich würde sagen, Freunde, wir bauen die sicherste Base, um gegen diese Monster zu gewinnen! Aber vorher muss ich dich noch was fragen! Spielst du eigentlich Brawl Stars? Denn jeder, der Brawl Stars spielt, muss das Video liken in drei Sekunden! Drei, zwei, eins, jetzt! Wow, Freunde! Hier spielen so viele von euch ja Brawl Stars, Freunde! Und ihr kennt sicherlich alle, Brock! Ihr könnt ja mal euren Lieblings-Brawler in die Kommentare schreiben! Aber wir müssen jetzt erstmal eine Base bauen! Danke, Dorfbewohner! Wir haben hier ein verschiedenes Material, Freunde! Und, oh mein Gott, Freunde! Guck mal, wir haben hier Quarzblöcke, Obsidian, Laser und so weiter! Und ich würde sagen, wir nehmen uns mal ganz kurz hier ein bisschen Zeug, Freunde! Und bauen uns heute eine sichere Base aus dem Block Quarz! Das heißt, wir bauen einmal hier so eine komplette Reihe voll mit Quarz hin, Freunde, würde ich sagen, oder? Ist das nicht eine coole Idee, ungefähr bis hierhin? Und den Block bauen wir jetzt wieder einmal ab! Und dann machen wir das einmal komplett um dieses Haus hier drumherum! Das heißt, einmal bis hierhin und hier geht es jetzt auch schon mal weiter, Freunde! So, ich würde sagen, bis ungefähr hier, Freunde! Okay, ich würde sagen, das Grundgerüst ist schon mal gestellt! Aber, Freunde, um die sicherste Base in Minecraft zu bauen vor diesen Mutanten, müssen wir natürlich ein bisschen mehr bauen! Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Blöcke! Und als erstes würde ich sagen, bauen wir hier so eine Quarzsäule hin, Freunde! Ich glaube, ungefähr bis hier sollte das passen, Freunde! Und dann würde ich sagen, machen wir das einmal hier bis drüber! Das heißt, einmal hier alles rüber bauen, Freunde! So, und jetzt geht es hier wieder in... Oh, jetzt habe ich hier wirklich Obsidian hingebaut! Ich tollpatsch! Egal, das mache ich gleich wieder normal, Freunde! Und jetzt einmal hier wieder diese Quarzsäule runter, Freunde! Und das mache ich jetzt einmal komplett um die Base! Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder! Bleibt unbedingt dran! Ihr werdet nicht glauben, was hier gleich noch abgehen wird! Okay, Freunde, ihr seht's! Ich habe jetzt einmal dieses Gerüst hier um die Base gebaut! Und ich würde sagen, wir holen uns mal ganz kurz was aus der Kiste! Denn ich habe da was gesehen! Vorher muss ich noch mal kurz was essen! Und zwar haben wir hier so einen Chatpack wieder, Freunde! Und ihr wisst ja, ich liebe diese Chatpacks! Und seit dem neuen Abbild habe ich immer eins dabei! Und ich würde sagen, das ziehe ich mir jetzt einmal auf, Freunde! Und wir gucken uns einmal diese Mobs nochmal einen Ticken genauer an, indem wir da mal rüberfliegen, Freunde! Und oh mein Gott! Guckt die euch an! Da ist Brock, da ist Primo, da ist... Ey, Freunde, der Bo schießt mich ab mit einem Pfeil, Alter! Und oh mein Gott, Freunde, Deinamike hat ein TNT in der Hand! Ey, Deinamike, verschwinde, Alter! Oh mein Gott, Freunde, ihr seht's! Die sind echt nicht zum Spaß hier! Ey, Primo, Deinamike mit TNT! Und Bo hat hier wirklich seinen Bogen, Freunde! Ach, du heilige Makrele! Ey, verschwinde, Bo, Mann! Oh mein Gott, Freunde, okay, ich glaube, mit denen sollten wir uns echt nicht anlegen! Ich mache hier mal so eine kurze Arschbombe rein! Ja, Freunde, okay, ich bin sicher gelandet! Also, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir uns eine richtig krasse Base bauen, denn gegen die ist nicht zu spaßen, Freunde! Ich weiß nicht, ob wir jemals solche starken Gegner hatten wie die! Deswegen ziehen wir mal ganz kurz unser Chatpack aus, Freunde! Und platzieren jetzt die ersten Sachen in unserer Base! Denn bislang kann man hier einfach reinspazieren, Freunde! Okay, ich würde sagen, das ist natürlich ein bisschen zu viel verlangt! Und deswegen suchen wir mal hier ganz kurz nach Lasern, Freunde! Und ich sehe schon, wir haben einige Laser hier, die wir benutzen können! Und zwar haben wir hier vier Stück! Und zwar, wie machen wir das, Freunde? So wie immer! Das heißt, wir platzieren hier mal so einen Shield! Hier so einen Shield hier! Und so nicht, Synthie! Einmal noch hier! Und jetzt einmal hier hoch! Und hier auch wieder so einen Shield, Freunde! Let's go! Und die verbinden wir jetzt mit dem Laser! Und platzieren jetzt einfach mal so einen Laser hin, Freunde! Und wow, wie cool sieht das denn aus! Dadurch, dass wir hier mit Quarz arbeiten, sehen die Blöcke auch, beziehungsweise diese Base so richtig, richtig modern aus! Findet ihr nicht? Normalerweise bauen wir das immer so mit Bedrock oder mit Obsidian! Aber ich finde, das ist so auch richtig cool, Freunde! Oh mein Gott! Schaut euch mal an, wie cool das aussieht! Und das werde ich natürlich jetzt an allen Seiten von der Base machen! Und zwar haben wir hier noch irgendwo so einen Laser! Ja, nee, wir haben aber einen Alarmknopf, Freunde! Und bevor wir die restlichen Laser platzieren, platzieren wir jetzt noch einmal diese Hightech-Tür, Freunde! Und zwar, das werdet ihr mir nicht glauben, wie cool das aussehen wird! Das heißt, einmal hier die Diamantspitzhacke durchbauen! So! Und zwar platziere ich die jetzt einmal so, Freunde! Und jetzt muss ich einmal hier den Block hier wegbauen! So! Und, Freunde, jetzt haben wir nochmal so eine extra gesicherte Tür, um in unser Haus reinzukommen! Findet ihr, die sieht nicht auch richtig krass aus? Die kann sich hier so abschließen! Und um die nochmal zu sichern, haben wir hier Alarmknöpfe! Das heißt, sobald die aufgeht von jemandem Fremden, klingelt eben dieser Alarm! Ich glaube, das ist eine richtig coole Sache, Freunde! Und ehe wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, platziere ich einmal ganz kurz die Laser um die Base herum, Freunde! Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder! So, Freunde, die Base ist jetzt komplett mit Lasern umrandet, aber die letzten vier, würde ich sagen, platzieren wir einfach nochmal gemeinsam! Das heißt, wir verbinden die hier mit dem und dann, würde ich sagen, holen wir den Laser nochmal da her und den platzieren wir jetzt hier! Also, so wie wir das eben schon immer gemacht haben, Freunde! Laser hier, Laser hier und jetzt einmal hier platzieren und hier platzieren, Freunde! Let's go! So, guckt ihr euch das mal an! Die Base ist mittlerweile echt richtig, richtig cool mit diesen roten Lasern hier! Und schaut mal, während ich die Laser dran platziert habe, Freunde, ist mir was aufgefallen! Das hier in diesem Berg, das ist doch nicht normal, oder? Dass hier so viel Laub steckt, Freunde! Schaut euch das mal an! Das kann doch nicht normal sein! Wir, wir sollen wir das mal aufbauen, Freunde? Weil das ist doch irgendwie wie so eine versteckte, geheime Höhle, oder? Oder denkt nur ich das, Freunde? Kommt schon, wir schauen mal ganz kurz! Und wir bauen das hier mal auf und vielleicht wisst ihr ja, was das ist, denn... Oh, Freunde! Wir haben hier eine Kiste gefunden! Vielleicht ist das ja ein Schatz oder sowas! Ich würde sagen, wir gucken einfach mal! Kommt schon! Sollen wir das öffnen, Freunde? Vielleicht ist das auch eine Falle! Wir schauen erstmal, ob das nicht vielleicht wirklich eine Falle ist! Nee, Freunde, ich glaube, das sieht echt gut aus, Freunde! Das heißt, wir können die Kiste jetzt einfach mal öffnen, Freunde! Kommt schon! Und... Oh, Freunde! Guckt mal, dort ist ein... Dort ist ein Laptop drin gewesen! Wir gucken mal ganz kurz, vielleicht können wir den ja irgendwie gebrauchen, Freunde! Und... Oh, ich habe ganz vergessen, hier einen Eingang durchzubauen! Weil wenn ich da jetzt Durchlauf, Freunde, bekomme ich richtig viel Schaden von den Lasern! Deswegen mache ich jetzt mir mal ganz kurz hier so ein Blöckchen hoch! Und wir testen mal ganz kurz, ob der Laptop irgendwas Besonderes kann! So, wir platzieren den einfach mal hier und... Kommt schon, Freunde! Und... Nee, irgendwie kann der nichts! Aber vielleicht schon! Wir warten einfach mal ab! Vielleicht passiert ja was in der nächsten Zeit damit! Und jetzt haben wir aber erstmal Zeit, hier noch was zu bauen! Und zwar einen kleinen Graben, Freunde! Den wir mit Lava und Gift füllen können! Das heißt, wir bauen uns jetzt noch einmal so eine kleine Treppe hier hoch! Das heißt, einmal so hier die Treppe hochbauen, Freunde! So, zack! Und jetzt hier noch die Treppe einmal komplett drumherum! So, Freunde! Und jetzt würde ich sagen, bauen wir einmal so einen kleinen Schutzgraben um die Base, Freunde! Ich würde sagen, das machen wir einfach mal hier! Und zwar sogar zwei Blöcke breit, Freunde! Denn der soll ja auch wirklich Schutz geben! Das heißt, wir bauen uns erstmal zweimal zwei Blöcke hier weg! Und platzieren hier gleich überall Lava, Freunde! Letztes Mal hatten wir den ja mit diesem Gift gebaut, Freunde! Und da bin ich ab und zu mal reingeflogen! Und dann wurde mir immer so schwindelig! Ich hoffe, das passiert jetzt heute aber nicht! Denn heute müssen wir uns einfach nur kühl anziehen! Dann macht uns die Hitze von der Lava auch nichts aus, wenn wir reinfliegen sollten, Freunde! So, einmal machen wir das jetzt hier weg! Und manchmal spinnt das mit den Lasern! Seht ihr das? Jetzt sind die nicht mehr da! Dann irgendwie schon! Keine Ahnung! Egal! Hauptsache, am Ende des Tages können die Brawl Stars-Mobs da nicht reinkommen, Freunde! Und mich attackieren! So, jetzt einmal hier die Lava platzieren! Den Rest platziere ich gleich, Freunde! Aber wir schauen doch mal ganz kurz bei den Brawl Stars-Mobs vorbei, Freunde! Oh Mann, oh Mann! Warum sind die denn gemein? Guck mal, Freunde! Da ist Dynamike! Da ist El Primo! Und da ist Bo! Und da ist einfach dieser Riesen-Brock, Freunde! Ich will nicht wissen, was der für eine fette Pistole hat! So, und ist hier? Sind alle weg? Okay, Freunde! Ich glaube, mich hat hier keiner gesehen! Wir können die echt mal so ein bisschen beobachten hier! So, wir gehen nochmal einmal hier kurz nach oben, bevor wir die Base weiterbauen! Und, oh mein Gott, Freunde! Guckt euch diesen Brock hier mal an! Und, oh nein, Freunde! El Primo hat uns gesehen! El Primo hat uns geschehen! Schnell Rückzug, Freunde! Die sind immer noch böse, Freunde! Schaut mal, der El Primo! Der Primo läuft hier einfach rum! Dieser Boxer voll im Kreis! Ich glaube, der wollte mich jetzt gerade echt vernichten, Freunde! Deswegen wird es Zeit, dass wir die Base weiterbauen! Und vor allem eins, Freunde! Sicherer bauen! Und ich würde sagen, ich tue jetzt hier mal noch die nächsten Blöcke abbauen! Das heißt, hier diesen Graben weiterbauen! Und anschließend alles mit Lava füllen! Und ihr wisst ja, Freunde! Das mit der Schaufel, das ist zwar eine Diamantschaufel, aber das dauert Ewigkeiten! Das heißt, ich baue jetzt das in Ruhe weiter und platziere hier einmal überall Lava, Freunde! Also, bleibt unbedingt dran! Denn bald kämpfen wir ja auch gegen diese Monster! Oh mein Gott, Freunde! Es hat sich so einiges getan! Ihr seht's! Ich habe jetzt hier wirklich überall Lava platziert! Freunde, let's go! Und ich würde sagen, hier sieht auch schon richtig gefährlich aus! Und ich habe jetzt hier nochmal so eine sichere Tür zugebaut, Freunde! Dass wir immer problemlos rein und raus können in unsere Base, Freunde! Mit diesem Ding funktioniert das echt wirklich super gut! Aber hier fehlt noch eine Stelle, Freunde! Und jetzt kannst du mal wieder mitentscheiden, was wir hier machen sollten! Wir haben hier zwei verschiedene Möglichkeiten! Wir haben zum einen die Möglichkeit, mit Stacheldraht das auszubauen, Freunde! Oder mit Spinnweben! Ich würde sagen, wenn ich das jetzt hier so sehe, ich glaube, anstatt von Spinnweben würde ich den Stacheldraht nehmen, oder? Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, was du genommen hättest! Und dann können wir beim nächsten Mal dann eben das hier nehmen! Das heißt, wir holen uns jetzt einmal den Stacheldraht, den restlichen! Nehmen uns hier einmal so einen Block raus, Freunde! Dass wir das eben nochmal abbauen können! Und dann würde ich sagen, Freunde, machen wir das einfach so mit Stacheldraht! Oder wie gesagt, das nächste Mal kannst du mir gerne eine andere Antwort da lassen! So, und Freunde, oh mein Gott! Guckt euch das mal an! Ich glaube, das sollte jetzt schon mal echt richtig, richtig sicher sein, unsere Base von außen, Freunde! Da traut sich ja keiner von diesen Brawl Stars-Mobs dran zu gehen! Also, also denke ich und hoffe ich, wenn nicht, erleben die hier blaues Wunder! Und als nächstes würde ich sagen, Freunde, machen wir jetzt hier um diese Umrandung mal Kakteen hin! Aber, Freunde, Kakteen kann man ja nicht einfach auf Erde platzieren! Denn dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen Sand, Freunde! Und du kannst ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was du noch so für andere Ideen hättest, was wir benutzen könnten für diese Basen! Aber, ich finde, meine Sachen sind bislang echt immer ganz cool, oder, Freunde? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen Sand! Und jetzt haben wir wieder die Schaufel weggelegt, Freunde! Moment mal, so! Hier haben wir die Schaufel und hier haben wir jetzt Kakteen! Und jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz, wie ich mir das vorgestellt habe! Das heißt, wir bauen jetzt einmal hier komplett so eine Reihe weg! Einmal bis hier ungefähr! Platzieren jetzt hier einmal komplett alles voll mit Sand hin, Freunde! So, und, ach, hier den Sandblock, der kann aber weg! Und jetzt einmal den Grasblock! Und jetzt würde ich sagen, können wir hier einfach immer so Kakteen platzieren, Freunde! Wow, ich finde, das sieht echt richtig, richtig cool aus, Freunde! Oder schaut euch das mal an! Und ich würde sagen, das machen wir jetzt noch einmal um diese Seite hier rum! Also so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Und jetzt heißt es wieder hier Kakteen hin platzieren! Hier, hier und so, Freunde! Ist das nicht eine richtig coole Base bislang? Und ich finde, dass die vor allem richtig eins aussieht! Und zwar modern, Freunde! Aber, da fehlen uns noch ein paar Sachen, die wir machen müssen! Und außerdem können wir mal gucken! Wir haben nur eine Eisenrüstung bekommen, Freunde! Das heißt, wir haben gar nicht mal so eine OP-Rüstung! Das heißt, der Kampf wird umso schwerer! Ja, das kriegen wir auch irgendwo hin! Aber, uns fehlt natürlich noch Kameras, Freunde! Und die müssen wir hier auch platzieren! Und zwar kommt hier eine Kamera hin, Freunde! Und ich würde sagen, hier und hier, Freunde! Let's go! Ich würde sagen, das sieht jetzt schon mal richtig gut aus! Und dann holen wir noch einmal diese Alarmblöcke! Da habe ich... Habe ich die noch irgendwie, Freunde? Habe ich die weggelegt, die Alarmblöcke? Ich glaube schon! Ich habe hier einen platziert! Komm schon, Alarmblöck! Ich muss ich abbauen, Freunde! Wie stark ist der denn? Den kriegt man ja gar nicht abgebaut! Komm schon! Ach, Freunde! Den kriege ich so schnell nicht mehr weg! Dann muss ich wohl diese Panikknöpfe hier platzieren! Die sehen zumindest aus wie so ein Alarmknopf! So, Freunde! Ich glaube, das sollte auch in Ordnung sein! So als Alarmknopfersatz! Und sonst, haben wir sonst noch irgendwelche Sachen, die wir da hin platzieren müssen? Wie wäre es mit, Freunde? Oh, wir haben hier noch so viele Sachen, die wir platzieren können! Wir haben hier so einen Passwortgeschützten Ofen! Hier so ein paar Nummerschlösser, Freunde! Und hier eben diesen Rahmen! Und jetzt ist unsere Base schon richtig weit! Aber uns fehlt noch eine wichtige Sache, Freunde! Bevor wir erst richtig anfangen können zu kämpfen! Und das sind die guten alten Spikes, Freunde! Und die müssen wir hier oben platzieren! Denn ihr seht es ja, wenn sonst hier jemand hinkommen würde, Freunde, der könnte... Oh! Synthi! Pass doch mal ein bisschen auf! Deine Knochen sind auch nicht mehr die jüngsten! So! Und zwar müssen wir jetzt hier noch einmal alles voll mit Spikes setzen! Warum? Ist doch klar, Freunde! Denn das hier ist alles schon richtig einfach zu begehen! Das heißt, einmal hier komplett die Spikes drumherum setzen! Jetzt seht ihr, was ich vorhatte! Ich habe jetzt wirklich die komplette Base mit diesen Spikes platziert, Freunde! Und ich glaube, auf die möchte sich wirklich keiner mehr stellen! Guckt euch die mal an! Die sind richtig, richtig stachelig, Freunde! Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier das einmal weg! Und ich muss noch die Kakteen drumherum fertig bauen, Freunde! Die habe ich jetzt auch noch nicht gemacht! Das habe ich total vergessen! Die Kakteen müssen wir noch platzieren, Freunde! Die Kakteen, die Kakteen, die Kakteen! Das heißt, einmal hier weitermachen! So! Stell die Kakteen, Freunde! Wie konnte ich das gerade vergessen? Ihr habt euch das sicherlich schon gedacht, warum ich die Kakteen noch nicht platziert habe! Aber ich habe es wirklich einfach vergessen, Freunde! Es tut mir leid! Seid mir da bitte nicht böse! Wir platzieren jetzt einmal hier komplett die Kakteen drumherum! Beziehungsweise erst einmal den Sand und danach die Kakteen! So! Perfekt! Ich glaube, das sollte so schon mal relativ in Ordnung sein! Ich würde sagen, jetzt einmal noch hier die Kakteen hier drumherum platzieren! Und den Rest mache ich danach dann dieses Mal, vergesse ich es nicht! Das heißt, einmal hier zwei Kakteen! Einmal eben so komplett um diese Basis herum! Dass das dann wirklich schön, ordentlich und vor allem eins, Freunde! Sicher aussieht! So! Und ich glaube, das sieht doch jetzt schon mal super aus! Freunde! Guckt euch das mal an! Und das machen wir jetzt noch einmal komplett um die Base herum! Alltag! Freunde! Guckt euch mal an, wie cool das ist! Überall diese Kakteen! Und haben wir sonst noch irgendwelche Sachen? Wir könnten auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, hier nochmal so Stacheldraht platzieren! Dann hier nochmal! Und wow, Freunde! Sieht das jetzt echt schon krass aus? Oder sieht das krass aus? Also, ich finde, das sieht richtig, richtig krass aus! Und unsere Rüstung könnten wir eigentlich auch mal platzieren! Und was ist das denn? Keine Ahnung! Ich würde sagen, wir platzieren das einfach mal hin! Und sonst gibt es hier irgendwelche Sachen, die wir noch machen könnten! Oh ja, Freunde! Wir haben noch zwei wichtige Sachen, die wir unbedingt platzieren müssen! Und zum einen ist das dieser Werfer hier! Das heißt, es tut mir leid, das muss ich nochmal wegbauen, Freunde! Und zwar müssen wir jetzt einmal hier diesen Werfer platzieren! Und ich glaube, die treuen Abonnenten, die treuen Zuschauer wissen, was ich damit meine! Denn wir können hier in diesen Werfer einmal so eine Feuerkugel platzieren! Komplett! Und jetzt habe ich hier hoffentlich noch einen Schalter, Freunde! Ich hoffe mal, ich habe hier noch irgendwo einen Schalter! Ist hier irgendwo ein Schalter? Ja, innen, Freunde! Das ist eine Tür, aber in unserem Inventar war noch ein Schalter! Und was ist das hier eigentlich für eine Tür? Oh mein Gott, Freunde! Wie krass ist die denn? Naja, schnell einmal hier zumachen! Und jetzt kann ich hier nämlich diesen Hebel platzieren, Freunde! Beziehungsweise diesen Schalter! Und wenn ich jetzt auf diesen Schalter drücke, seht ihr... Oh mein Gott, Freunde! Wir können schon mal in die Richtung schießen, wo die Mobs eben sind! Und wo sind die denn, Freunde? Oh mein Gott! Und da sind sie! Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Möglichkeit, um die so ein bisschen abzuhalten, indem wir eben einfach mit diesem Schalter hier so boom, 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 Freunde! Unsere Sachen nach vorne schießen können! Alter, Freunde! Ist das krass! Ich finde, das sieht so, so cool aus! Aber ich mache jetzt als nächstes einmal noch kurz die Base fertig und platziere einmal komplett drumherum noch Kakteen und Sand! Und dann sehen wir uns gleich wieder! Bleibt unbedingt dran! Ich bin schon ziemlich müde und gehe gleich ins Bett! Deswegen bis gleich! Freunde! Das war echt eine riesige Arbeit! Und ich würde sagen, jetzt haben wir es uns aber auch verdient, dass wir langsam mal in unser wohlverdientes Bett gehen! Ich würde sagen, ihr seht's! Die Sonne geht langsam aber sicher unter! Es dauert noch ein bisschen! Wir können auch die letzten Sachen hier platzieren! Zum Beispiel den Bewegungsmelder hier und so! Jetzt einmal die Türe aufschließen und noch einmal das Nummernfeld für das Schloss, Freunde! Und sonst würde ich sagen, bin ich unglaublich müde! So, Herr Villager! Ich würde sagen, ich lege mich jetzt ins Bett, wenn irgendwas ist, melden Sie bitte den Alarm! Wecken Sie mich, dann rette ich Sie! So, haben wir hier noch was? Das Schild würde ich sagen, holen wir mal ganz kurz raus! Und sonst, ja, Freunde, hier ist zum Glück noch so ein schönes kleines Bettchen! Und ich würde sagen, ja, das stellen wir jetzt einfach mal hier hin und machen es uns jetzt bequem, Freunde! Kommt schon! Gute Nacht und morgen ist der Tag, Freunde! Wir kämpfen gegen die Brawler! Kommt schon! Boah, Herr Dorfbewohner! Die müssen mich nicht doch so laut wecken, Alter! Boah, wartet mal, Freunde! Sind die Gegner wirklich da, die Brawl Stars, Mobs, Freunde? Oh mein Gott, wartet mal! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Die kommen, Freunde! Oh mein Gott, das ist einfach Bo direkt vor unserer Tür! Und, Freunde, da ist dieser Check auch noch! Der, der Bolt! Moment, 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 Moment! Coalt, was will denn der Coalt hier von uns, Freunde? Der ist ja riesig! Wir brauchen ganz schön unsere Waffen, Freunde! Wir haben hier auch noch ein Schild, das passt! Das würde ich sagen, mache ich einfach mal in unsere andere Hand, Freunde! Okay, dann haben wir so ein Schild und Schwert! Schild, Schwert, Schild, Schwert! Okay, ich glaube, das sollte passen! Wir nehmen nochmal einen goldenen Apfel, Freunde! Wobei, ich finde, das stört ein bisschen beim Sehen, oder? Und ich würde sagen, wir testen es einfach mal hier! Nimm das hier! Hier! Oh mein Gott, Freunde! Oh nein, 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 nein! Der Bo hat echt einen Bogen! Freunde, ich habe schnell zugemacht, bevor der Bolt hier kommt! Oh! Kommt schon ein Bo! Nein, es kommt El Primo noch hinterher, Freunde! Und El Primo, der Boxer, attackiert uns alle! Nein, 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 nein! Deinemai kommt jetzt auch schnell, Freunde! Wir machen zu! Und jetzt, die stehen genau vor unserem Weg! Das heißt, wir könnten jetzt einmal diese Feuerkugel schießen! So! Nimm das, Freunde! Oh, war das schlau gemacht, Freunde! Guck mal! Der wird jetzt wirklich von dem Feuer getroffen! Sehr gut, Synthi! Und... Oh nein, Freunde! Der schießt ja mit dem Bogen, dieser Bo! Alter! Junge, was willst du, Mann? Aua, Freunde! Der schießt wirklich mit einem Bogen auf uns! Komm, wir machen jetzt nochmal hier die Feuerkugel auf sie! So! Boom! Oh mein Gott, Freunde! Nein, 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 nein! Die kommt! Nein, nein, nein! Schnell zu machen! Okay, Freunde! Wir dürfen die echt nicht unterschätzen! Diese Brawl Stars-Mobs sind echt krass! Vor allem der Bo mit seinem Bogen! Aua, aua! Freunde, kommt schon! Was, was wollen denn die von mir hier? Oh Gott, Freunde! Ich glaube, wir müssen wieder... Komm! Nimm das jetzt hier! Okay, Freunde! Nein, 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 nein! Das war happig! Das war hart! Und ich verliere... Oh mein Gott, Freunde! Ich muss schnell zumachen! Ich habe schon wieder vier Herzen verloren! Schaut euch mal an, wie ich aussehe! Meine ganze Rüstung ist voller Pfeilen, Alter! So, jetzt aber... Nimm das, Freunde! Und ich kann die irgendwie nicht richtig treffen! Kommt schon! Deiner Mike verschwinde! Nein, Freunde! Ich habe nur noch vier Herzen! Warum sind die so gut, Mann? Komm, wir machen hier wieder zu! Und machen jetzt einmal hier die Feuerkugeln! Kommt schon, Freunde! Das ist gut! Okay, mit den Feuerkugeln, das machen wir richtig! Das ist gut, Freunde! Die brennen jetzt schon mal zu dritt! Und wir bauen uns hier einmal kurz mit der Erde hoch! Und gucken uns... Aua! Aua, Freunde! Der hat mich runtergehauen, Mann! Komm, nimm das hier! Let's go, Freunde! Ich glaube, viel können die noch nicht mehr haben, oder? Die machen das aber auch nicht schlecht! Wir haben wieder nur noch zwei Herzen, Freunde! Schnell abschließen hier! Hey, Dorfbewohner, Mann! Die sind richtig gut! Was können wir denn gegen die machen, Alter? Ich bin echt richtig am Ende! Ich bin voll geschwächt mittlerweile, weil die halt einfach so krass viel Leben haben! Und ich komme gar nicht an die richtig ran! Freunde, nein! Ich habe nur noch drei Herzen! Oh mein Gott, Freunde! Und guckt euch mal den Brock an! Der lässt die einfach kämpfen, weil er weiß, dass die anderen erstmal besiegt werden müssen! Das heißt, einmal jetzt, Freunde! Jetzt sind wir da! Jetzt auch noch auf Brock gehen! Oh mein Gott, Freunde! Der Brock ist ja auch noch da! Schnell deine Mike! Nimm das! Und, Freunde! Wir haben den Brock schon mal besiegt! Nur noch die anderen fehlen! Kommt schon! Nimm das hier, Bo! Nimm das! Ja! Ja! Oh mein Gott, Freunde! Das machen wir gut! Jetzt einmal gegen die Kakteen! Ja, Freunde! Jetzt Feuer! Ganz schnell das ganze Feuer auf die machen! Und ich glaube, dann sollten wir sie haben, Freunde! Das Wichtigste ist, dass wir den Brock schon besiegt haben! Denn der war richtig krass! Kommt schon! Jetzt nochmal! Freunde! Die brennen doch hier wirklich alle schon komplett! Aber irgendwie leben die immer noch! Wie viel Herzen haben die denn? Oh, Freunde! Was sollen wir denn tun? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach alles riskieren! Kommt schon! Nein! Nein! Nein, Freunde! Ich habe nicht mehr viel Herzen! Ich habe wirklich nicht mehr viel Herzen, Alter! So, und wenn ich hier so weitermache, werde ich sterben! Kommt schon! Nein, Freunde! Nein, 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 nein! Ich weiß nicht, ob wir es schaffen! Ich glaube, wir werden verlieren gegen Dynamite und El Primo! Nein, Freunde! Nein! Freunde! Ich bin hier mitten in einem Wald gefangen! Und hier sind überall solche Avengers! Aber, Freunde! Die sind nicht nett! Die sind nicht nett! Die wollen mich wirklich attackieren! Schaut mal, Freunde! Hier ist Hulk! Hier ist Iron Man! Hier ist Spider-Man! Und nein! Die schlagen mich alle, Freunde! Nein, 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 nein! Verschwindet! Verschwindet! Was wollt ihr von mir, Freunde? Hulk, verschwinde mit deinem Hammer! Freunde, wir müssen hier irgendwie weg! Nein, 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 nein! Okay! Ich glaube, wir sind ein wenig zichtiger! Ich glaube, wir haben uns hier versteckt vor denen! Ist das okay? Och, Mann, Freunde! Was sind das denn für böse Superhelden? Eigentlich sollen Superhelden noch helfen, aber ich glaube, Freunde, das sind böse Superhelden! Guckt es euch an! Da ist auch Captain America! Kommt schon, Freunde! Wir verschwinden! Wir verschwinden! Und wartet mal! Freunde, das ist doch etwa der Avengers Tower! Also der Avengers-Turm, wo sich die ganzen Superhelden zurückziehen können! Moment mal, vielleicht können wir hier auch rein und ein bisschen Abstand gewinnen, Freunde! Schaut es euch an! Iron Man, Captain America, Hulk und Spider-Man habe ich da hinten auch schon gesehen! Und, Freunde, was ist das denn? Ist das wirklich der richtige, der richtige Avengers Tower? Schaut es euch an! Hier steht es! Marvel Avengers! Das sieht einfach aus wie in den ganzen, wie in den ganzen Filmen, Freunde! Und was haben wir denn hier, Freunde? Wir haben hier, wir haben hier verschiedene Superhelden-Rüstungen! Wir haben hier Captain America! Wir haben Iron Man! Wir haben hier Spider-Man! Und, Freunde, wir haben hier noch ganz viele Sachen! Wir haben hier Blöcke! Wir haben hier Waffen! Wir haben hier Werkzeuge! Oh mein Gott, Freunde! Wie cool ist das denn? Okay, Freunde! Aber was sollen wir mit diesen ganzen Sachen jetzt machen? Ich habe keine Ahnung! Und, ey, wer ist das denn, Freunde? Ist das ein Enderdrache namens Helfender Drache? Freunde, sollen wir diesen Helfenden Drache mal fragen, was wir machen sollen? Ey, Helfender Drache, kannst du uns mal helfen? Oh, er sagt, du hast nicht lange Zeit! Baue die sicherste Base, sonst werden sie dich zerstören! Freunde, wir müssen die sicherste Base bauen um diesen Tower hervor! Das hat uns der Helfende Drache gesagt! Ansonsten werden uns diese Superhelden hier zerstören! Okay, 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 Freunde, ich würde sagen, wir dürfen keine Zeit verlieren! Was haben wir denn hier? Wir haben hier coole Blöcke! Dann haben wir hier noch verschiedene Waffen und Werkzeuge, Freunde! Ich würde sagen, wir nehmen uns mal ein bisschen Werkzeug raus aus der Kiste! Wir haben hier ja ein bisschen was! Okay, Freunde, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall die sicherste Base jetzt bauen! Und, wartet mal! Hier, hier geht noch eine Leiter nach oben! Kommt schon, wir schauen mal nach, was sich damit auf sich hat! Und, Freunde, hier ist... Hier steht eine Kiste mit Schloss öffnet sich bei einem Like von dir! Oh, Freunde, kannst du... Könntest du vielleicht bitte das Video liken? Denn dann können wir diese Kiste öffnen! Das wäre mega, mega lieb von dir! Also, du musst nur einmal das Video liken in drei Sekunden! Und dann können wir diese Kiste hier öffnen! Das wäre super lieb! Also, drei, zwei, eins und jetzt! Oh, Freunde, schaut mal! Das Schloss hat sich geöffnet! Oh, vielen, vielen Dank für dein Like! Und jetzt schauen wir mal, was sich in der Kiste befindet! Und zwar haben wir hier einen... Freunde, wir haben Hulkshammer bekommen! Das heißt, wir können uns auf jeden Fall nachher gut wehren! Und den werden wir auch mal direkt zu den anderen Waffen machen, Freunde! Einfach Hulkshammer in Minecraft! Und was habe ich denn da für eine coole Rüstung an? Habe ich die jetzt gerade auch bekommen? Richtig, richtig cool, Freunde! Aber, naja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der sichersten Base! Das heißt, wir werden uns jetzt hier außerhalb erstmal so einen kleinen Graben bauen mit unserer super coolen Schaufel, die wir haben! Und das werden wir einmal komplett um die Base machen! Das heißt, einmal hier komplett entlang! Einmal hier alles zu machen! Und, Freunde, es kommen die ganze Zeit zu Blitz und jetzt ist meine Rüstung wieder weg! Keine Ahnung! Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Base, Freunde! Und wenn die ein bisschen gebaut ist... Oh, was war denn das, Freunde? Und wenn die ein bisschen gebaut ist, sehen wir uns gleich wieder! So, liebe Freunde, ihr seht, den ersten Umriss haben wir jetzt schon gebaut! Und das machen wir einfach noch komplett zu Ende! Dann haben wir diesen Umriss, beziehungsweise diesen Umriss mit Obsidian gebaut! Freunde und Obsidian, wisst ihr ja alle, ist ein richtig, richtig starker Block! So, Freunde, also, das ist die erste Umrandung! Das ist wichtig für die sicherste Base, bevor diese Fieslinge da hinten kommen! Und schaut mal, was ich hier entdeckt habe, Freunde! Hier gibt es noch einen Gem-Händler, also Gem-Händler! Das heißt, der verkauft sowas wie Kristalle oder so, keine Ahnung! Sollen wir da mal hingehen? Der sieht eigentlich voll nett aus und der hat hier so eine Kiste! Moment mal! Hallo, Herr Gem-Händler! Was können Sie, was können Sie uns denn anbieten? Er sagt, hee! Gebe mir 10 Dias für eine Überraschung, Freunde! Sollen wir, sollen wir das machen? Sollen wir uns 10 Dias holen für diesen Gem-Händler? Ich glaube, das wäre schon eine coole Idee! Kommt schon, Freunde, wir schauen mal in unserem Inventar, beziehungsweise in unseren Kisten, ob wir da irgendwelche Diamanten haben! Nee, hier sind nicht, hier sind nur Blöcke drin und wir haben hier... Och, Freunde, hier haben wir 10 Diamanten! Als hätte er das gewusst, dass wir genau nur 10 Diamanten haben, Freunde! Äh, naja, kommt schon! Ich würde sagen, wir geben ihm mal diese 10 Diamanten, Freunde, und gucken, was sich daraus entwickelt! So, einmal hier 10 Diamanten rein und hier ist jetzt eine andere Kiste! Und darin wird sich wahrscheinlich jetzt das befinden und, Freunde, wir haben eine Tomate bekommen! Freunde, wir haben gerade 10 Diamanten für eine Tomate bezahlt! Was ist das denn, ey? Och, Freunde, ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal bei der Base ein bisschen weiter und, äh, ich habe einfach 10 Euro für eine Tomate bezahlt! Das mache ich auch nicht nochmal, Freunde! Naja, ich würde sagen, ich baue jetzt so lange erstmal die Base weiter, denn die Superhelden warten nicht mehr lange auf sich, Freunde! Wir müssen uns beeilen, bleibt unbedingt dran! Uns rennt die Zeit nämlich davon! So, Freunde, ihr seht's! Wir haben jetzt hier überall mal so Lava außen rum gebabbert und unser Marvel Tower wird immer cooler und cooler! Und das finde ich auch schon richtig! Freunde, was sind denn das hier für Baby-Hulks? Freunde, die haben schon ein paar Mobs vorgeschickt! Ey, verschwindet ihr Baby-Hulks? Was wollt ihr, Alter? Freunde, was machen die denn für einen Schaden, Alter? Moment mal ganz kurz! Ich würde sagen, wir ziehen uns mal eben so eine Rüstung an! Freunde, welchen Superheld würdest du nehmen? Würdest du Iron Man nehmen, Captain America oder Spider-Man? Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal Spider-Man! Kommt schon! Wenn diese Mini-Winzlinge da kommen, Freunde, warum schickt denn der schon seine Babys vor? Und, oh, ich glaube, da brennt jemand wegen der sichersten Base! Edge-Bedge, Freunde, kommt schon! Ich würde sagen, wir holen uns mal ganz kurz so ein Schwert und beseitigen die! Ich würde sagen, wir nehmen das Schwert hier, Freunde! So, einmal hier, kommt schon, verschwindet! Wow, Freunde, guck mal! Den können wir jetzt in die Lava schicken damit! Kommt schon ab in die Lava mit euch! So, guck mal, Freunde! Der ist komplett in die Lava geflogen, dieser Winzling! Das kommt davon, wenn ihr euch mit mir anlegt jetzt schon! So, so, das könnt ihr eurem Papa sagen, dass der gar keine Chance hat, wenn er hierher kommt! So, kommt, Freunde! Na, okay, die treffe ich jetzt bislang noch nicht so! Perfekt! So, und ab in die Lava mit euch! Oh, guck mal, Freunde, wie cool! Ich würde sagen, wir testen auch nochmal die nächste Waffe, bevor wir weiterbauen! So, ich würde sagen, Edge-Bedge, euch haben wir! Boom, 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 boom! Das ist das Gleiche mit ihm auch passiert, Freunde! So, und der nächste, der brennt! Let's go, Freunde! Also, wir wissen, unsere Waffen funktionieren auf jeden Fall schon mal! So, jetzt komm, verschwinde! Perfekt, Freunde! Und guck mal, wie lange der noch lebt hier in der Lava, dieser Mini-Hulk! Wir werden das auf jeden Fall gewinnen! Let's go, Freunde! Und wir machen jetzt erstmal hier noch die restliche Lava hin! Wir haben hier noch ein paar Lava-Eimer! So, so, Freunde! Einmal hier und hier und... Ja, Freunde, schaut mal, was ich hier noch immer im Inventar habe! Diese Tomate! Boah, wenigstens! Wenn die nicht schmeckt, Freunde, weiß ich auch nicht! Und was ist eigentlich das hier hier? Das ist ein Web-Shooter! Moment mal, das passiert nicht wirklich, oder? Naja, eigentlich hätte ich gedacht, dass ich damit jetzt Spinnweben schießen kann, aber naja, es geht anscheinend doch nicht! Was haben wir denn hier? Freunde, wir haben hier noch Captain Americas Schild und... Wow, habe ich das hier gerade ernsthaft weggeschossen? Schaut mal, Freunde, wir können das hier so schießen! Wie cool ist das denn, Freunde? Wir werden auf jeden Fall gewinnen! Komm schon her später! So, aber, Freunde, wir müssen erstmal die Base weiterbauen, denn bislang haben wir hier nur so einen Lava-Graben. Und was wir jetzt brauchen, Freunde, für so eine krasse Marvel-Space ist... Beziehungsweise sind Laser-Freunde! Let's go! Wir lieben hier alle Laser und alle lieben diese Tomate, Freunde! Warum bekomme ich immer solche Tomaten, Freunde? Das ist voll unfair! Ich hätte gern was Cooles gehabt, sowas wie ein richtig krasses Schwert oder sowas. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal Laser hier hin. Und zwar einmal hier, Freunde. Und das machen wir jetzt einmal komplett in die Base. 1, 2, 3, 4. Und das machen wir jetzt hier auch wieder. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir werden hier den Laser hinbauen, Freunde. Let's go! Und das werde ich jetzt einmal komplett um die Base machen, Freunde. Und das dauert ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Boah, Freunde, wie cool sieht die Base eigentlich jetzt schon aus? Das ist richtig krass! Wir haben ja bislang überall solche coolen Laser. Und jetzt füllt uns nur noch hier an dieser Seite Laser, Freunde. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann ist unsere Base erstmal richtig, richtig sicher von außen. Aber noch lang nicht sicher genug. So, wir platzieren jetzt hier die letzten Laser, Freunde. Und, oh man, dafür müsste ich nochmal einen Block hochspringen. Ach, so, Freunde, let's go! Guckt euch das mal jetzt an, wie krass unsere Base aussieht. Beziehungsweise unser Marvel Tower, beziehungsweise unser Avengers Tower, Freunde. Der sieht richtig krass aus. Wir haben hier jetzt einfach überall solche Laser. Und ich würde sagen, als nächstes, Freunde, platzieren wir Kakteen. Denn wir wissen ja alle, die Kakteen, die machen das Ganze noch schwieriger. Und dafür brauche ich jetzt erstmal meine Schaufel, Freunde. So, meine Schaufel, bisschen Sand und Kaktus. Und wir haben ja noch ganz viel andere Sachen hier, Freunde. Wir haben Spikes, wir haben hier noch Bedrock, wir haben TNT, wir haben hier noch Kameras. Und die müssen wir auch auf jeden Fall mitnehmen, Freunde. Also, wir haben noch einiges zu tun, um die sicherste Marvel Base zu bauen, Freunde. Und warum ist meine Rüstung eigentlich weg, Freunde? Da bin ich doch wieder. Ich bin Spider-Man, Synthi. So, jetzt geht es erstmal darum, alles hier wegzubauen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Das heißt, wir platzieren jetzt hier erstmal überall Sand, Freunde. So, so sieht das schon mal richtig gut aus. Einmal hier überall Sand hin. Und jetzt kommt hier einmal an die Ecke. Zwei Kakteen, zwei Kakteen, zwei Kakteen, zwei Kakteen. Und das machen wir jetzt einmal komplett um die gesamte Base, Freunde. Aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal kurz nachgucken bei diesen Superhelden. Vielleicht sind die ja jetzt mittlerweile ein bisschen netter geworden. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht denken die ja, wenn wir uns als einen von ihnen verkleiden, sind wir auch ein Superheld. Wisst ihr, wie ich meine, Freunde? Vielleicht denken die jetzt auch, ich bin ein Superheld. Ey, Iron Man, ich bin einer von dir. Ey, Freunde, aua, aua, aua. Oh, was schlägt der mich denn da mit Sand? Was hat der denn da überhaupt in der Hand? Hat der da so ein Eim und... Ey, Spider-Man, American, hier, ich bin's doch, Spider-Man, ich bin's doch. Da, was greifst du deinem Bruder an? Okay, Freunde, das klappt anscheinend nicht, oder? Das klappt nicht. Okay, Freunde, wir gehen schnell zurück zur Base, bevor die jetzt gleich alle gemeinsam kommen. Denn ich glaube, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. So, wir machen jetzt nämlich erstmal weiter mit den Kakteen. Einmal hier komplett um die Base herum. So, Moment, Moment, Moment. Einmal hier Erde noch platzieren. So, und unsere Schaufel ist schon fast kaputt, Freunde. Wir müssen uns dran halten. Wir haben echt nicht mehr lange Zeit. So, die Base ist auf jeden Fall jetzt einmal hier komplett von außen einigermaßen gesichert. Das heißt, jetzt einmal hier noch diese Sandblöcke davor. So, das mache ich jetzt noch einmal mit euch, Freunde. So, einmal hier Kaktus, Kaktus, Kaktus. Und jetzt ist die Vorderseite von der Base echt schon ziemlich, ziemlich weit. So, Moment mal so, 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 so. Perfekt, Freunde. Und dann würde ich sagen, den Rest mache ich jetzt mal eben alleine, Freunde. Denn das dauert wieder. Ihr kennt doch das Spiel. So, dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Denn gleich geht's los. Der Kampf bricht ja schon fast an. So, Freunde, wir platzieren jetzt nochmal die letzten Kakteen hier. So, so, so. Und ihr habt's gesehen, Freunde. Schaut euch mal unsere Base jetzt an. Wir haben hier überall Kakteen. Und ich gehe mal ganz kurz auf diesen kleinen Berg hier hoch. Moment mal. So, einmal kurz auf den Berg hier hochgehen. Dann seht ihr das, was ich meine. So, Freunde, schaut's euch an. Einmal komplett um die Base herum ist jetzt Lava. Und das sieht schon richtig, richtig gefährlich aus, Freunde. Guckt euch diesen Avengers-Ding an. Und, äh, was war das gerade für ein Geräusch, Freunde? Waren das etwa die, die, die Marvel-Superhelden? Oder war das irgendwie in unserem Tower, Freunde? Ich habe das Gefühl, das war in unserem Tower. Oha, Moment mal. Wir gehen mal ganz kurz wieder in den Tower rein. Haben wir noch irgendwie Blöcke, dass ich hier rüber kann, ohne reinzufliegen? Okay, dann machen wir es halt eben so. Kommt schon. Ich habe doch hier irgendwas gehört, Freunde. Moment mal. Hallo? Ist hier jemand in unserer Base? Hallo? Ich bin Synthi. Hallo? Freunde, irgendwie, irgendwie ist hier doch nichts. Oder habe ich mich hier gerade nur verhört? Freunde, hier war doch irgendwas. Ihr habt das doch auch gehört. Seid ehrlich. Habt ihr das auch gehört? Naja, dann gucken wir einfach, einfach nachher wieder. Keine Ahnung, was das war. Ich bin mir, ich hätte schwören können, dass da etwas war. Aber naja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir erst einmal weiter mit der Base. Denn wir brauchen noch eine Sache, die ist immer richtig wichtig. Und zwar sind das Spikes, Freunde. Und diese Spikes platzieren wir jetzt oben auf dieser Mauer, beziehungsweise auf dieser Absicherung. Ihr kennt das Spiel ja schon. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier hin, bauen erstmal die Spikes hin. Perfekt, Freunde. Die Spikes sehen echt auch gefährlich aus. Und ich zeige euch was. Die sind ultraspitz. Man läuft hier einmal durch und hat schon fast vier Herzen verloren. Das heißt, wir müssen hier auch unbedingt selbst aufpassen, wenn wir die mal benutzen sollten. Aber das kriegen wir hin. Und habe ich die Kameras dabei? Jawohl, Freunde. Das heißt, wir platzieren jetzt auch einmal noch die Kameras an der Base. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Monitor hole, den ich nicht dabei habe. Freunde, kann ich die nämlich mit uns verbinden. Aber egal. Wir machen es jetzt erstmal so. Wir bauen erstmal überall diese Spikes hier hin. Das sieht gut aus. So, Freunde. Let's go. Und wenn wir die überall platziert haben, hole ich jetzt mal ganz kurz meinen Kameramonitor. Wobei, das kann ich auch jetzt schon machen. Wir holen uns einfach mal den Kameramonitor, liebe Freunde. Und verbinden jetzt die Kameras, dass wir dadurch eben gucken können. So, Freunde. Den haben wir hier. Und jetzt gehen wir ganz kurz raus. Okay. Und jetzt müssen wir irgendwie hier hoch springen. Sind die Beeilung? So. Perfekt. Und mal gucken, was es geklappt hat. Ja, Freunde. Schaut mal. Da bin ich. Da stehe ich als Spider-Man, obwohl wir gar nicht da draußen waren. Gerade eben. Let's go, Freunde. Das sieht schon mal richtig, richtig cool aus. Und ich würde sagen, ich mache erstmal die Base jetzt weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn wir haben jetzt auch nicht mehr so lange Zeit. Die Zeit rennt, Freunde. Und ihr seht, Freunde. Die komplette Base ist nun voll mit Stacheln, mit Kakteen und so weiter. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Base, Freunde. So. Und bauen die jetzt auch nochmal sicherer hier drin. Denn wir haben hier unten ganz viele Blöcke. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Das heißt, wir haben hier ein paar Sachen. Zack, 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 zack. Sowas wie Alarme noch und so weiter. Und die werden wir jetzt alle mal hier verbauen. Dass nicht nur unsere Base von außen sicher ist. Und, Freunde. Ich muss diesen Helm hier abziehen. Das ist auch der Synthi, den ihr kennt. So. Dass hier nicht nur die Base von außen sicher ist. Sondern auch von innen. Das heißt, wir platzieren jetzt einmal hier so ein paar Blöcke. Dann einmal den Inventar-Scanner. Immer wichtig, Freunde. Moment. Oh. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den falsch rum platziert, Freunde. Moment. Einmal kurz abbauen. Boah, ist der schwer. Ja, den kriegt man ja gar nicht weg, Freunde. Egal. Dann müssen wir es eben so lassen. Dann einmal hier alles, wie gesagt, zusammenbauen. Dann hier so ein Nummerfeld hin. Ganz wichtig, Freunde. Auch der Alarm. Das ist ganz klar. Denn wir wissen, hier ohne den Alarm geht gar nicht. Und ich dachte gerade, es wird Nacht draußen. So. Was haben wir denn noch, Freunde? Was wir benötigen können? Einmal diesen Ofen hier. Das ist klar. Und wo ist eigentlich mein Marvel-Schild hin? Naja. So. Dann Bewegungsmelder noch. Und tragbare Radar, Freunde. Das können wir auch noch verwenden. Einmal hier hin platzieren. Und jetzt den Bewegungsmelder platzieren, Freunde. Let's go. Und jetzt sieht auch unsere Base von innen, finde ich, schon relativ sicher aus. Oder, Freunde? Und ich glaube, wir sollten eigentlich so gut wie bereit sein zum Kämpfen. Dann würde ich sagen, Freunde, platzieren wir jetzt einmal noch unser Inventar richtig. Und beziehungsweise ordnen das. Und ihr seht, Freunde, die Sonne wird auch langsam untergehen. Runtergehen. Und danach legen wir uns schlafen und sind dann bereit für den Kampf, Freunde. Das heißt, wir platzieren erstmal alle Sachen weg, die wir nicht brauchen. Und die Sachen, die wir brauchen, sind zum einen die Tomate, Freunde. Dann unseren Spider-Man-Kopf natürlich. So. Was nehmen wir denn mit, Freunde? Wir brauchen auf jeden Fall so eine coole Waffe. Dann würde ich sagen, das Erdschwert nehmen wir auch mit, Freunde. Hm. Was können wir denn noch mitnehmen? Ich würde sagen, die Waffen bräuchten wir auch, Freunde. Die sind auch richtig cool. Hm. Sollen wir den Hammer mitnehmen? Ja, Freunde. Kommt, wir nehmen mal den Hammer mit von Thor, den Granatenwerfer und die Waffe. Und habe ich sonst noch mehr Sachen? Ich würde sagen, Freunde, das passt schon eigentlich alles ganz gut hier. Noch einen Goldapfel und so ein bisschen was zum Essen. Und ganz wichtig, das Schild von Thor, Freunde. Und ich würde sagen, wir gucken mal raus. Oh ja, Freunde. Es ist jetzt schon dunkel geworden und es macht keinen Sinn. Ich glaube, Freunde, wir legen uns jetzt ins Bett. Gehen schlafen und warten, bis der Alarm morgen klingelt. Denn ich sage es mal so, Freunde. Das wird morgen ein richtig, richtig spannender Kampf. Deswegen machen wir es uns jetzt gemütlich im Bettchen, Freunde. Der Alarm weckt uns ja morgen, wenn irgendwas passieren sollte. Und ich schlafe einfach mal mit dem Hammer in der Hand. Und, Freunde, ich bin müde. Bis morgen. Freunde, der Alarm klingelt. Der Alarm klingelt. Ihr wisst, was das heißt. Das wisst, was das heißt. Das heißt, die Superhelden sind da zum Kämpfen. Und, oh, Freunde. Schaut es euch mal an. Hier ist der Iron Man. Hier ist Captain America. Und die schlagen uns ja direkt, Freunde. Ach, du grüne Leune. Wo ist unsere Rüstung? Habe ich die gar nicht angezogen? Schnell, Freunde. Schau, die Rüstung anziehen. Die machen richtig viel Schaden. Hört ihr das? Er schlägt uns mit diesem Hammer hier. Oh, Freunde. Okay, ich habe eine Idee, Freunde. Ich zeige euch mal ganz kurz was. Wir gehen mal ganz kurz hoch auf die Plattform vom Marvel Tower. Denn da waren wir noch gar nicht oben. Und da haben wir die beste Aussicht. Moment mal. Das muss ich euch zeigen. Die sind einfach jetzt schon da, Freunde. Hättet ihr damit gerechnet, dass die auch so viel Schaden machen? Okay, eins müssen wir noch weiter hoch. So, Freunde. Jetzt sind wir oben. Jetzt sind wir hier oben auf dieser Plattform. Ihr seht es. Und dort haben wir alles im Blick. Also, hier unten ist Captain America. Hier ist Spider-Man. Und dort ist Iron Man. Wo ist Hulk, Freunde? Wo ist Hulk? So, hier ist Hulk, Freunde. Moment mal. Wir schießen mal ganz kurz Hulk ab mit diesem Feuerding. Und klappt es? Klappt es? Nein, es kommt nicht so weit, Freunde. Okay. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Von hier oben können wir höchstens mit den Waffen hier. Guck mal, Freunde. Bam. Die Waffe ist richtig gut. Schaut mal. Der checkt gar nicht, von wo er abgeschossen wird, Freunde. Let's go. Ich glaube, das ist richtig krass. Aber kommt schon. Wir gehen weiter von unten. Wir wollen uns den richtig stellen. Im 1 gegen 1, Freunde. In einem richtig spannenden Kampf. Denn von oben, das ist für langweiler, Freunde. Wir wollen richtig gegen die Superhelden kämpfen. So. Und als nächstes würde ich sagen, testen wir mal ganz kurz unser Schild. Beziehungsweise das hier von Captain America. So. Na, Captain America. Jetzt schießen wir dich mit deinem eigenen Schild ab. Boom, Freunde. Guckt euch das mal an. Wie krass ist das denn? So, Iron Man. Na, hast du etwa Angst? Moment, Freunde. Wir machen mal ganz kurz was. Wir gehen mal ganz kurz hier entlang. Oh, Captain America. Verschwinde. Freunde. Nein, nein, nein. Captain America mit seinem Schild macht das ganz gut. Und nein. Hier ist hier Hulk. Wir sind im Sandwich. Wir sind im Sandwich, Freunde. Okay, Hulk. Die schlagen wir auch mit deinem eigenen Hammer. Boom, Freunde. Guckt es euch an. Wir prügeln uns beide mit dem Hammer hier. Okay. Wir nehmen ganz kurz mal das Schild von Captain America. Let's go, Freunde. Guckt euch den Kampf an. Und jetzt ein bisschen mit der Pistole. Und jetzt kriegst du nochmal ein Schild ab von Captain America, Freunde. Und jetzt. Kommt schon, Freunde. Boom. Jetzt holen wir uns Hulk. Wir holen uns Hulk. Ich hol's. Nein, Freunde. Wir haben kaum noch Leben. Wir haben drei Herzen. Nein, 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 nein. Unsere Rüstung ist kaputt. Unsere Rüstung ist wieder weggegangen, Freunde. Woran liegt das? Kommt schon. Ach. Wir kriegen die gar nicht so leicht. Die sind echt besser als erwartet, Freunde. Diese Superhelden. So. Aber ich glaube, jetzt nochmal ein bisschen mit der Waffe. Boom, 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 boom. Sönti, du holst sie dir. Kommt schon, Freunde. Wie viel Leben hat er? Let's go, Freunde. Wir haben den ersten Marvel-Superhelden erledigt. Wir haben gegen Hulk gewonnen. Das war schon mal richtig gut, Freunde. Aber wir haben hier noch drei andere. Es gibt zum einen Iron Man. Und es gibt hier noch Captain America und Spider-Man. Na ja, Freunde. Wir schießen einfach mal auf den hier. Schmeißen jetzt das Captain America-Schild. Let's go. Und so. Kommt schon. Dich holen wir auch. Und jetzt geht's drauf mit dem Schwert, Freunde. Jetzt mit dem Schwert. Iron Man haben wir auch. Und jetzt holen wir nochmal kurz die Waffe. Boom, boom. Und kommt schon, Freunde. Let's go. Die holen wir uns. Nein, 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 nein. Ihr hört's. Er schlägt mich immer mit seiner Axt hier, Alter. Was ist das denn? Das ist richtig gut. So. Und jetzt geht's weiter hier mit. Let's go. Und nein, Freunde. Wir haben zwei Herzen. Wir haben zwei Herzen. Schnell den Apfel essen, Freunde. Unsere Rüstung verschwindet die ganze Zeit. Warum ist das denn so, Mann? Das ist voll blöd. Ja. Aber, Freunde. Mit dem Schlag haben wir auch Iron Man besiegt. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen noch Captain America. Und den holen wir uns auch. Mit dem eigenen Waffen. Das heißt, einmal mit seinem eigenen Schild holen wir uns den Captain America. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Kommt schon, Freunde. Let's go. Captain America. Du bist bald Geschichte. Kommt schon, Freunde. Wir locken die mal ganz kurz hier rein. Und so. Jetzt wieder mit der Waffe attackieren. Nein. Unsere Rüstung ist weg. Ihr seht's. Ich hab nur noch vier Herzen. Sobald die Rüstung weggeht, sind wir immer richtig schnell angreifbar und fast tot. Das heißt, wir machen das jetzt zu Ende. So, Captain America. Zack. Nimm das hier, Captain America. Boom, 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 boom. Let's go. Und dich kriegen wir auch. So. Zack. Jetzt nochmal diesen Feuer. Ja, Freunde. Und nur noch der letzte fehlt. Und das ist Spider-Man. Und ich würde sagen, Spider-Man schlagen wir mit den eigenen Mitteln. Der kommt erstmal hier in Spinnweben rein. Und der bekommt ja schon Schaden von den Kakteen. Let's go, Freunde. Aber Spider-Man kriegen wir auch. Macht das viel Schaden? Das macht neuen Schaden. Das ist schon gut hier, Freunde. So. Und jetzt geht's weiter mit dem Schwert noch auf ihn. Und was war das denn gerade? So. Boom. Nimm das, Freunde. Der ist einfach im Spinnweben gefangen. In seinen eigenen Waffen. Och. So. Und jetzt mit dem Hulk-Hammer. Kommt schon, Freunde. Let's go. Auf geht's. Jetzt holen wir uns auch noch Spider-Man. Nein, 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 Freunde. Kommt schon. Spider-Man. Du kriegst auch dein Fett weg. Und jetzt nochmal mit dem Captain America-Schild. Haben wir noch Waffen, Freunde? Wir haben noch die hier, die Rifle. So. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal, Freunde. Let's go. Wir machen das richtig gut. Kommt schon. Ja, Freunde. Wir haben auch Spider-Man besiegt. Ihr wisst, was das heißt, Freunde. Wir haben einfach die ganzen bösen Superhelden im heutigen Video geschlagen. Let's go. Ich bin richtig, richtig stolz auf uns, Freunde. Let's go. Das haben wir richtig gut gemacht. Ich bin richtig gut gemacht.